Alli hallo, da ist der Guzoa. Ich sehe hier gerade, hier geht richtig was ab. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich zu dem anderen Account connecten, aber wenn ich hier natürlich richtig fett loot sehe, oh, und dann so eine Base. Ah, krass, schade, dass du die Helden nicht dabei hattest. Richtig krass. Gucken wir mal, was hier geht. Ein bisschen Barge muss sein. Da holen wir jede Menge Loot rein. Die hätte man natürlich auch richtig schön mit Loons zum Beispiel zerlegen können. Ja, das ist fast was ärgerlich. Das ist fast was wenig, aber klar, ich meine, die Truppen waren nicht so der Oberknaller. So, und jetzt habe ich aber hier noch irgendwas mit 5K Dunkles. Das muss natürlich angeguckt werden. Alter, läuft. Dafür natürlich auch gute Truppen. Kann man jetzt nicht meckern. Sogar, oh, sogar noch ein Heal. Alter, da werden die Riesen richtig gut durchgehen. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Also klar, du sagst dir erstmal, komm, das Kleinzeug hier weg, dass die Kobolde auch wirklich dahin gehen, wo sie hin sollen. Würde ich jetzt mal tippen. Ich gehe mal davon aus, dass du dir das so ausrechnest. Außerdem ist natürlich klar, ich meine, einen vollen Sammler und eine volle Mine nimmt man natürlich mit. Das ist ja wohl klar. Das sollte jedem klar sein. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du die langsam, also jetzt Rathaus down, okay, aber das ist zu vernachlässigen. Jetzt bin ich gespannt, wie du das mit den Riesen machst. Ich würde fast... Ah, ist unten. Ah, wenn man das Dunkle will, dann muss man von hier kommen. Wenn man das Gold eher will, dann... Ja klar, logisch, dann eher hier so. Aber also, ich wäre wirklich von hier gekommen, weil ich mir gesagt hätte, komm, wenn ich schon mal 5K Dunkles abziehen kann, dann möchte ich das auch machen. Ah, okay, jetzt wird es hoffentlich interessant. Ich meine, wir haben die 4 Heals noch, aber die Sache ist die, wenn ich jetzt sage, wir haben die 4 Heals noch, wir haben aber von den Bodentruppen nicht mehr viel. Also klar, wir können natürlich die 4 Heals in die Riesen investieren, macht man ja auch im Normalfall, aber was mache ich dann? Ich habe noch die Queen, ich habe noch 21 Kobis. Das ist nicht mehr so viel, würde ich jetzt sagen. Gucken wir mal rein. Heal, klar, perfekt gedroppt, einwandfrei, Riesen sind drin und sind auch lange drin. Ganz klare Nummer. Queen ist down, richtig, gar keine Chance. So, Riesen sind immer noch drin und jetzt muss man damit wirklich meiner Meinung nach spammen. Jetzt gleich die nächsten Heal rein. Du hast nicht mehr viele Riesen und Truppen eh nicht mehr. Drop, drop, ne, ist zu spät. Du kannst jetzt, klar, wenn, genau, wenn du es jetzt hochziehst und sagst, gut, okay, komm, die letzten 3 Heals halt wirklich für die Queen und fertig aus. Ja, gut. Hier, hier hast du echt Luck, hier hast du richtig Luck, dass das nur Fläche war. Jetzt kommt nämlich Einzelschaden und jetzt siehst du, wie das richtig tackelt. Ah, Glück gehabt. Oh, auf jeden Fall, also ich will das absolut nicht abspringen, hast du, lief richtig geil, aber das hätte eventuell mit den, mit den Riesen, sag ich mal, hätte ich das anders gemacht. Also ich hätte die Riesen gar nicht sterben lassen. Dass man wirklich gesagt hätte, komm, die Riesen noch was mehr, bam, bam, bam. Ich weiß, in diesem Video kommt Riesen ein bisschen oft vor. Aber, klar, jetzt ist hier nur Fläche, das killt die nicht weiter. Komm, hau den nächsten Heal. Hau den doch, die kann doch gehealt werden. Du, warum nicht mehr? Rennt dir da echt die Zeit weg? Ah, das könnte die Zeit gewesen sein. Das, ne, die war down. What the fuck? Du hattest noch zwei Heal. Warum? Sogar der X-Bow war leer. Oh, das, mhm, schade. Ich meine, 5, hallo, 5K. Alles easy, alles cool. Also super gemacht, so ist es nicht, Fahli. Aber, da wäre doch noch mehr gegangen. Wir hätten hier alles nur Fläche gehabt. Hier, die Tesla, ach komm. Die kann, das ist alles so weit weg. Das Ding weg, das Ding weg. Eventuell sogar noch das Lager weg. Da wäre noch richtig was gegangen. Also, nice auf jeden Fall. Ich freue mich für dich auf jeden Fall, klar. Aber, da wäre noch was mehr gegangen. Gucken wir mal, ob ich da was reißen kann. Ich meine, 5K wäre natürlich mega. Das wäre die Option. Hier, super nice. Super nice. Da brauche ich gar nicht rum zu diskutieren. Das Ding nehmen wir. Das ist ganz klar. Sobald da eine 3 vorne steht, sind wir dabei. Ist da eine 3, sind wir dabei. Fertig. So. Gucken wir. Riesenvorsätze. Ich habe relativ viele Mauerbrecher. Um nicht zu sagen, extremst abartig viele. Ja. So. Ich will diese... Also, jetzt müssen die... Komm. Ja. So. Also, jetzt ist wirklich Ziel. Also, ich gebe mir jetzt richtig extrem Mühe mit den Mauerbrechern. Dass ich die nicht versemmel. Zwei ganz soft hier. Dim, 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 ja. Wo sind die da hingerannt? Das ist ja auch Quark gewesen. Aber egal. So. Weiter. Noch mehr Riesen. Dim, dim, dim. Schön. Gutschön. Ja. Einer immer hin. Einer immer hin. So. Was machen die Riesen da? Oh. Kloppt euch jetzt mal da drum hier. Kommt. Ich meine, ich muss da ja auch irgendwo rein. Ganz klarer Fall. So. Jetzt hier richtig Amok mit Riesen. Ne. Da nicht hin. Ja, genau. In die Richtung. Obwohl ich... Ha. So weit brauche ich eigentlich gar nicht nach drinnen. Fällt mir gerade ein. Aber ich wollte auf jeden Fall den Bohrer haben. Ich will auf jeden Fall den Bohrer haben. Darum ging es mir. Weil den Rest kann man hier außen rum und fertig drinnen. Den Bohrer brauche ich gar nicht. Weil das ist nicht viel. Ja, das war es schon. Das, äh... That was the end. The end of the game. And I have a loser. It's not me. Ne, auf jeden Fall. Also das... Äh... Passt auf jeden Fall. Weil wie gesagt, den Bohrer, den kann ich mir knicken. Na, das ist Banane. So, ich habe sogar noch meine Queen. Also ganz ehrlich, Leute, sagt was ihr wollt. Der Guzo hat es einfach wieder mal drauf. Ja, jetzt kommt garantiert wieder... Das hätte ich ja mit der Hälfte der Troops gemacht. Aber erst mal machen. Zack. Also läuft auf jeden Fall bei mir. Jetzt könnte man noch gucken. Wisst ihr selber, man will ja dann immer doch noch mehr. Komm, komm, komm. Na, die Queen, äh... Ah, ja, schade. Der Magier-Turm. Der Magier-Turm war es. Sonst hätte ich sogar noch das Ding... Ich fange jetzt nicht an zu blitzen. Ähm... Sogar noch 53%. Was will man mehr? Kriegen wir sogar noch ein bisschen Bonus. Aber wie gesagt, ich habe mir das abgewöhnt. Dieses... Oh, cool. Ich brauche ja nur 100k machen. Weil ich kriege ja 35k Bonus. Nein, das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege hier... Ich sage jetzt mal über 100k Bonus. Dann kann man sagen, in Ordnung. Aber wie ich auch im letzten Video gesagt habe... Solche Sachen müssen durchgehen. Weil wie gesagt, ich brauche euch nicht hier irgendwann... Ein vom Pferd erzählen und sagen... Äh, ja, hier, mach das mal so und so. Mach das mal so und so. Und dann kriege ich so eine Rates nicht zustande. Also von daher... Das Ding war jetzt nicht schwer. Und das Ding musste einfach stehen. Ganz klare Sache. So, geiler Loot. Komm, gucken wir nochmal in den geilen Loot rein. Gucken wir doch nochmal. Ja. Wir kommen gar nicht mehr zum Burgencheck hier. Auch geil. Knapp 400k am Gold. Aber... Ja, okay. Du willst erst mal hier knacken, um hier ranzukommen. I understand it. Ja, und dann... Noch ein paar... Noch ein paar... Ja, da wird es schon eng. Ja, ja, klar. Von Truppen her. Aber läuft hier... Ja. Ja, cool. Also hier ist so gut wie weg. So, jetzt das Ganze hier auf jeden Fall. Erst mal schön. Und ein 10er King. Einwandfrei. Der macht in der Base schon richtig Damage. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man sieht ja auch immer ein sehr guter Vergleich. Wir haben einen angreifenden 10er King und wir haben einen verteidigenden 1er King. Da weißt du doch gleich was los ist. Wie der King einfach in die Base reinkommt, beziehungsweise was der bei der Base machen kann. Dann ist definitiv noch ein bisschen was in den Lagern, weil 100k sind nicht in den beiden Minen. Also jeweils. Das ist ein bisschen viel. Ich würde sagen irgendwie 60k oder so. Siehst du ja, 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 ja. Na, doch fast noch. Also irgendwie 80k oder sowas pro Mine. Nice Nummer auf jeden Fall. Na und dann braucht man ja nur durchrechnen. Weil man sagt ja so, nee, hat sich das jetzt gelohnt mit einem Blitzen? Ja, hat sich gelohnt. Fertig. Weil der Blitz kostet mich 22k oder sowas. Ja, ich glaube 22k. So, wenn ich aber 80 ziehe, naja, logisch. Läuft. Was will man mehr? Rote Teufel. Und da möchte der Köhne FCN. Das sollte ja relativ easy zu finden sein. Da. Level 90. Gucken wir jetzt nochmal. Ja, sehr nice gespendet auf jeden Fall. Läuft bei dir. Unser YouTube ist da als YouTube LachflashTV bekannt. Beziehungsweise darunter hat er mir geschrieben. Level 90 müsste dann Maxed 8 sein. Und das sieht auch ganz nice aus. King Maxed. Luftabwehr Maxed. Äh, Minenwerfer Maxed. Das ist alles Maxed. Beim nächsten Mal kannst du dich auf jeden Fall auf den, auf die Queen freuen. Und natürlich auch der Magiaturm, der passt natürlich auch zu deiner Base. Auf jeden Fall. Ja, das ist, was will man sagen? Das ist Maxed. Klar. Ähm, Mauern noch. Aber gut. Das ist jetzt nicht, äh, nicht so wild, sag ich mal. Also klar, ich würde sie natürlich noch ein bisschen hochziehen. Aber je nachdem, wie es halt wirklich mit dem LX aussieht. Wenn wir nämlich wirklich das LX randvoll haben und wirklich noch, wer weiß, wie viele Mauern haben, warum soll ich dann machen? Also, da hätte ich schon, muss ich schon fast sagen, ich glaube, da wäre ich schon hochgegangen. Also, klar, ich hätte geguckt, dass ich mir das mit den Mauern ein bisschen anders lege. Dass ich die eben, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen weiter schon gehabt hätte in dem Bereich. Aber, guck mal. Du hast den Queen komplett durchgezogen. Der ist komplett oben. Es geht nicht höher. So, jetzt ist aber die Sache die, äh, dass das Townhall, würde ich sagen, 10 Tage, 12 Tage dauert. Irgendwie sowas. Und in der Zeit willst du ja auch irgendwas machen. Und wenn du in der Zeit nicht inaktiv bist, dann kriegst du ja locker einiges an LX an Start. Und das liegt dann hier so rum und tut gar nichts. Und du kannst immerhin 6 Millionen nehmen. Und die, ja, liegen dann einfach rum. So ein bisschen. Wenn du Glück hast, nee, wenn du ein bisschen was am Farmen bist, kriegst du das auf jeden Fall voll. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da kriegst du locker 6 Millionen in diesen 10 oder 12 Tagen hin. Von daher hätte ich schon fast echt gesagt, wäre ich schon hochgegangen. Meiner Meinung nach. Ansonsten, base-technisch. Innen drinne halt schön Fläche. Nach draußen in den Einzelschaden. Das passt. Hier, guck mal hier. Das würde ich drehen. Das hier würde ich drehen, weil du das vom Aufbau... Ja, ich meine, klar, du kannst natürlich auch hier jetzt sogar schon Bomben haben. Oder eben Sprungfalle. Äh, da passt natürlich dann die Mine nicht mehr. Ansonsten würde die ja da reinpassen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. So, da, da... Ehe eine Mauer weg. So, äh, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, würde ja dann passen. Weil dann könnte man halt eben den nutzlosen Bauhüttenanteil eben davor setzen und dann noch ein bisschen Sammler und Mine saven. Ansonsten vollkommen okay. Und geh hoch. Geh hoch. Die Bösen 2. Haben wir. Untersuchen wir einen Konstantin. Konstantin, 99. Ähm, ohne hinzugucken. Ja, Town Hall 9, würde ich sagen. Town Hall 9. Und wir sind, äh, gut dabei. Ich würde sagen, wir sind gut dabei. Noch nicht alles maxed. Mauern, ähm, Mauern 8, würde ich sagen. Und auch noch keine 9. Noch keine 9. Ich würde sagen, so gut wie alles Mauern 8. Und dann dev-mäßig gut dabei. Also mit den 8er Mauern hatte ich ja schon mal recht. Ähm. Mit der dev gefällt mir nicht so ganz. Mit der dev hätte ich echt mehr gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben hier noch nicht so viel. Auf 99. Das wäre besser gegangen. Mal gucken, was du gefarmt hast. Ist gar nicht so wenig. Aber vielleicht hast du von der Zeit her wirklich einiges an, äh, an, äh, ja, an Zeit schon reingesteckt. Und dann wurdest du halt öfter mal angegriffen. Warst vielleicht mal ein bisschen inaktiv. Mal gucken. Äh. Hübsch und ordentlich. Ja, das ist schon einiges, würde ich sagen. 2300, das ist richtig viel, würde ich sagen. Ich gucke gleich nochmal bei mir nach. Ähm. Folgende Sache. Auf jeden Fall. Das richtige Must-Have. Armeelager-Level 7. Knallhart. Das ist das nächste, wofür ich sparen würde. Zumal du ja nicht mal wenig drin hast. Naja. Okay. Warte. 2800, also knapp, also knapp vor 3 Mille. Ist doch in Ordnung. Läuft doch. Zack. Auf die Armeelager. Zack, 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 zack. Done. Base Layout. Vollkommen in Ordnung. Base Layout, da brauchen wir nichts zu sagen. Du, also die Queen ist eine richtig coole Nummer. Die Queen ist so, bam. Einfach nur, bam. Und die muss hoch. Die müsste bei 99 mindestens auf 5 sein. Mindestens. Ähm. Die zieht sie hoch. Wirklich richtig zack, zack, zack. Weil die hilft dir wirklich bei jedem Krieg und überall. Die holt nochmal richtig was raus. Und dann wirklich Magier-Türme hoch. Äh. Bogi-Türme sind schon in Ordnung. Das passt. Aber Magier-Türme hoch. Und. Lass die Mauern Mauern sein erstmal. Das ist erstmal egal. Also Mauern drauf gekackt. Aber Armeelager. Bogi-Queen. Magier-Türme. Das ist mein Tipp an dich. Und wir sind dabei fertig. Und. Ich wünsche euch was. Ciao. Ich wünsche euch jetzt. Vielen Dank.